Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, liebe Leute, mir immer freut es mich, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr schon an Thumbnail und den Titel erkannt habt. Heute geht es um eine MP7-Variante, die neu im Shop ist, die die Gegner verschwinden lässt. Ja, ich weiß, man sollte keine Skins kaufen, keine Waffen kaufen. CUD ist ja so scheiße, WoWs sind so scheiße, Server sind so scheiße, alles ist scheiße. Wir stecken denen trotzdem noch Geld in den Arsch. Ja, ich weiß, nichtsdestotrotz habe ich mir dieses Band-Video holt und die MP7 lässt die Gegner verschwinden. Das bedeutet, wenn ihr einen Gegner holt, verschwindet er einfach und nur sein Loot bleibt. Also, sein Körper ist nicht mehr da, nichts ist da vom Gegner, nur sein Loot bleibt, wenn man ihn holt. Einfach crazy, wirklich eine geile Variante, ohne Spaß. Die Klasse gibt es natürlich, wie immer, am Ende. Wir haben, glaube ich, eine 31-Kids-Runde, auch verschieden geile, mit der MP7 und der Sniper, FJX, gedroppt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim heutigen Gameplay. Lasst unbedingt einen Like da, der heutige Like holt es in 350 Likes wieder mal. Ich hoffe, wir schaffen 350 Likes auf dieses Video. Lasst einen Kommentar da für den Algorithmus und falls ihr neu auf dem Kanal seid und nicht, wenn ihr nur WoWs zu 2.0 verpassen wollt und von diesen Vollidioten hier nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne kostenlos ein Abo, da will ich mich sehr, sehr unterstützen auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten. Viel, viel Spaß mit dem Gameplay, wir sehen uns mal mit dem Loot am Ende. Ich würde sagen, let's go! Wo ist Nova, ne? Kein Plan, Bruno, der ist immer junger. Er weiß nicht mal, dass Terny 19 Uhr startet, glaube ich. Er weiß nicht, glaub mir, er weiß nicht. Ehrlich? Ja. Immer mal das Problem, immer diese Probleme, ja. Immer Nova-Probleme, ja, immer Nova. Lüß zurück, der Reel, was geht. Lüß zurück, der Reel, was geht. Lüß zurück, der Reel, was geht. Lüß zurück. Lüß zurück. Dankeschön. Nova kommt gleich. Hacker hat ihn vorhin angerufen. Er ist gerade am Hade waschen. Er muss fresh aussehen für seine Zuschauer. Weißt du also? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das ist kein Problem. Wie gesagt, wenn Nova zu spät, ist das Spiel für euch. Ehrlich? Warst du ein Ehren, Bruder? Wie war's gestern mit Aiden? Erzähl mal. Ich war ein bisschen nervös. Ehrlich? Wieso, Bruder? Scheiß auf den Kopf. Bruder, in diesem Sinne von Weißt du, ich bin ja eigentlich in-game-leader und er hat auch gesagt, er ist kein in-game-leader. Wir sollen Colts geben. Bruder, aber dann halt, dass er zum Beispiel alleine gepusht ist und so. Ich wollte jetzt sagen, Bruder, geh nicht alleine, warte auf und so. Weißt du? Ich meine, du sagst ja nicht Aiden. Woher ist das halt Aiden, weißt du? Attacke mich! Sag ihm, yo! Yo, man, what are you doing, man? What are you pushing at all, man? What do you think, man? What do you think, man? What do you think? What do you think, who are you, man? We are all in the lane. Und dann, wenn ihr mit Aiden spielt, kriegt kein Wort raus, ihr Wichser, ja? Man, natürlich, ich würde sagen, hey! What are you doing, man? Hey, komm mal zurück, was machst du alleine? Komm mal zurück. Das ist schon echt was anderes, muss ich echt zugegeben haben. Das ist der Mann! Ich bin tot. Nein! So eine gute Runde. Ja, das ist einfach. Ich bin tot. Du denkst einfach mal an einem Tölkisch. Sagst du Amuna kommen ein bisschen? Oh gut. Oh gut. Sag ihn mal so dann. Damit deine Runde nicht so komplett aus der. Sag, sag Aiden, amuna kommen? Warum tut du ihm Amuna beim? Was ist denn amuna beim Lahn? Wisse du das eigentlich nicht? Ja, einfach mal so. glaubt er kam wirklich heute aus prinzip sagt denn sie lachen auf euren kopf egal ob wir den fall verlieren aufsache wir finden schneider von euch weil die festurte jetzt ja selber schuld was würdest du machen so wo er wusste er das mäßig ist in deiner bürgerliste das ding ist in jeder bürgerliste oder es gibt deutsche die versuchen einfach unser spot zu aus die sterben aber man weiß das problem ist die machen uns einfach das leben schwer weil dann zeigt ihm dann auf uns pushen weil wir fragen ja immer gegen drei teams da und das port ist das einzige problem bei airport ist die italien die menschen und das ist halt auch schon ein sehr großes problem die haben sogar letzte weg gewonnen erklär mir warum alle mich abgeschossen ich weiß wo alle landen in und auswendig hast du gestern alles gekauft die landen unter zaya okay wo landet gromalok mit azen die landen cave das stimmt sogar das weiß wo er bei airport und wo ist seine brücke bruder da war diese brücke wo du da ist eine brücke da ist eine ja ja das ist eine da ist dann die landen da wir haben die letztes dreimal gefeiert oder so oder was war jetzt mal die die landen im einsatzgebiet die feinde haben eine kontradrohne eingesetzt die landen im einsatzgebiet er macht mich und mann er kam nicht mit einfach mit der versammel zuhause immer so kommt sagen wir mal wie es geht ich bin und eine die die OL! Der Rest geht zur Seite! Punch den Beat! Super Skunk! Ich petz nur das Feinste! 3-8-5 ideale Reime! Der Automat blockt und nimmt sich meine Scheine! Manche sagen, warum verkaufst du die Goldkette von deinem Mann? Nicht in diesem Ton! Wer hat dir das beigebracht? Oh! You know what I'm saying? That's Woman Loto, bro! Komplett geiles Lied, sei ehrlich, bro! Oh, du weißt! Du weißt, dass du softest! Und du weißt, dass du fortest! Ich muss das Fähig machen! In der Moment! Die Störtelz! Was entwickelt die Störtelz und der Luft den Platz? Ja! Die Störtelz! Nein, ich will keinen Falschen ziehen, ich will keinen Falschen ziehen, ach du Scherz, aber... Pokus, Pokus, Schwarzer, Lotus, Simseiler, Bim, Sechser ist drin. Und... Nein! Pokus, Pokus, Schwarzer, Lotus, Wer wird nicht, Simseiler, Bim, Sechser ist drin. Du bist ganz groß, ich bin dein Vorbild. Oh! Oh, I'm sane, bro, I'm sane, man, I'm sane! Oh, I'm sane, man, I'm sane! Oh! Stop! C'est down! C'est down! C'est down! Ach du Scheiße! Das ist doch nicht so rum, Bro. Alles ist gut. Ach du Scheiße! Alle ghosted, Bro. Was ist los mit den Leuten? Ein Gegner ist auf Drohne. Der Rest ist ghosted einfach. I'm saying, I'm saying, man, I'm saying. Come on, Baby. Zeig mir dein Gött. Zeig mir dein Gött, Bruder. In der Luft. Kein Auto eben. Ach du Scheiße, Bro. Fokus, Fokus. Schwarzer Lotus. Zim, Zalabim. Sechser ist drin. Nein. Nein. Oh! Nein. Nein. Oh! Oh! Ah! Ah! Hä? Wo war der Rest? Fangen auch drei Gegner, Digga. Hab's gesehen, Kings, ja. Bist du high? Wieso bin ich high? Wieso bin ich jetzt high? Ich bin auf high. Ich bin auf high. Verstehst du, was ich meine? So, wie versprochen, kommen wir natürlich zum Loadout. Ihr habt gesehen, die MP7 lässt die Gegner verschwinden. Es ist todesnice. Die Variante ist wirklich geil. Dazu gibt's diesen wunderschönen Skin, den ich euch kurz zeigen muss. Dieser Skin, auch todesheftig. Wir kommen zum Loadout. Und zwar habe ich die MP7 wie folgt gespielt. Lakerta Kompensator Mündung. Tuning sieht so aus. Dann haben wir den Agentengriff gespielt. Tuning sieht so aus. Dann haben wir das 50-Schussmagazin, den LZR 7-Millewatt-Laser gespielt. Tuning sieht so aus. Und dazu VEL 568 Schaft. Und die Sniper haben wir so gespielt. Die FJX-Imperium ist das. Nilsson 90 Mündung haben wir gespielt. Tuning sieht so aus. Dann haben wir den Fahrenheit 29 Zoll Lauf. Wie gespielt. Tuning sieht so aus. Dann haben wir den Voil Kyle ZR 7-Millewatt-Laser wieder gespielt. Tuning sieht so aus. Dann haben wir das Forge-Tag-Delta wie sie gespielt. Tuning sieht so aus. Und natürlich Explosiv-Munition, damit die Sniper auch Headshot-One-Shot ist. Tuning sieht so aus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Gameplay. Wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. ONLAND SWISS T 됩니다. Dona